...not läuft. Offenbar wurde Icarus zugunsten von etwas mit der Bezeichnung Perseus beendet, das anscheinend vom Verteidigungsministerium finanziert wird. Vermutlich stammen Vettel und seine Soldaten von da. Nicht, ey. Für vier Verhältnisse. Das ist schon cool. Oh, du Ding. Alter. Mach das nicht so hart für mich. Okay, jetzt bin ich hier. Toll. Scheiße. Taschellampe. Hat der jetzt nicht gerallt, oder was? Oh, ich bin hier. Okay. Okay. Jetzt geht's ab. Okay, geht nicht. Es geht. Ne, ich nehme, glaube ich, trotzdem noch die. Ne, ich gehe erstmal hier. Hier, hier kamen die her. Scheiße, Mann. Mann, was ist denn das? Jetzt sterbt ihr. Ja. Was hattest du? Ah. Gut, da früchte ich meine Muni wieder langsam, voll. Dann kann er schon wieder hier, mitten im Fight, einfach mal so eine Rüstung. Finde ich nicht in Ordnung, aber ich habe noch Granaten, die benutze ich irgendwie nicht. Noch mehr Rüstung. Da kommen also noch mehr. Oder wie? Nö. Natürlich. Nein, noch nicht. Schon wieder Headbang. Kommt. Oh, voll diesen Arsch getackert. Mann, der ist erstmal rückwärts rein hier los, in die Sau. Hier bin ich. Willst nehme ich die? Noch mehr? Ich glaube, ja. Sonst wären die Mucke schon links weg. Denke ich mal. Boah, er hat ja zwei Midis. Das kann doch niemals jutieren. Wie kann er das sehen? Scheiße. Boom. Ach stimmt, der kann ja noch oben machen. Ich glaube, der ist tot. Ach, der lebt noch. Könnte der das überleben? Ähm, nachher. Midi und... Midi. Den gucke ich erstmal hier nochmal nach. Ob hier nicht nur ein Reflexbooster oder so wäre. Wäre natürlich ultra geil. Aber leider nicht. Leider, leider. Ich dachte, der lebt denn noch. Das kann ja auch nicht sein. Nein, die Musik ist auch nicht gerade besser. Heli. Die Rettungseinheiten geben auf. Ich hoffe, Jankowski hat sich durch den Kopf gestoßen und läuft mit Amnesie im Hafengebiet rum. Ähm. Immer da, wo die Midis sind. Und wie die, was ich mal nicht nehmen kann. Wie kann er das sehen? So weit reicht die doch ja auch nicht. Achso. Ne, dann nehme ich nochmal die hier. Weil die einfach für reich weiter besser ist. Meine persönliche kleine Sniper. Die Nagelpistole. Mach doch mal die weg. So. Ah, jetzt kommt keine mehr, oder was? Cool, die ist voll, die Waffe. Hab ich auch noch nie geschafft. Okay, da kommt doch noch welche. Und die Musik will mir jetzt nicht verraten. Ich muss mal Rüstung voll machen, die hier nochmal voll machen. Bitte. Ach, was nette für eine Musik. Cool. Action-Mucke. Yeah, mach mal. Scheiße. Wow, wow, wow. Mit Sprut ist nicht gut. Feiert er erstmal ab. Noch Einer. Nachladen. Mal. Er lebt noch. Okay. Reflexe sind... Out. Da oben ist... Da will ich hin. Den will ich unbedingt holen. Ähm, was war denn das? Yeah, jetzt kommt schon Bollywood in den Einsatz. Einfach hochspringen und das nehmen. Okay. Wow, wow, wow. Ich will einen Reflex-Booster haben. Wir sind auf dem Dach. Gut. Geht's noch, Mr. Bishop? Kannst kaum erwarten, dass wir hier rauskommen. Kann ich mir denken. Hallo? Ach, da sind die Bretter. So. Oh. Ich will... Warte, ich geh nochmal runter. Irgendwie muss man an den Reflex-Booster kommen. Die will ich ja schon irgendwie haben. Und so komme ich einfach nur zum Dach, denke ich mal. Ah, da. Kann man alles hier rein sammeln, alles auffrischen. Gut, dann geh ich echt mal da lang. Irgendwie muss es ja hin. Oder wie jetzt? Das ist die Tür. Da ist er. Ich wollte schon sagen, jetzt geht meine Taschenlampe wieder nicht. So. Kann ich hier nicht einfach... Autsch. Ach, das tut ja auch nicht weh. Gut. Gut, dann geh ich jetzt hier hoch. Wie gewollt. Ich will schon Taschenlampe sparen. Na, spring. Oh, nicht dein Ernst. So. Joom, 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 joom. Brich mich nicht durch. Juuuut. Jetzt sind wir schon... Äh, wie sind wir noch? Ah, cool. Wir sind ja schon im Intervall 5. Hab ich schon ganz vergessen. Cool. Wir kommen ja jetzt schon voran. Irgendwie. Äh, meine Waffe ist wieder voll glitschig. Jetzt nicht mehr. Man kann auch nicht zurück. Aber ich bin draußen. Ähm, noch nicht. Äh. Achso. Komm schon. Headshot. Ach, nicht schon wieder auf dem Dach. Ich darf nicht runtergucken. Ah, okay. Nein. Ach, ich lade immer nach, ey. Ah, komm immer noch schon wieder nachher. Was für ein Ding. Ich habe hier nicht irgendwie Nachtsichtgerät irgendwie. Nee, nee. Ah, nee. Für vier ein bisschen... Nicht gut denn gemacht. Wenn das jetzt wirklich so hebt. Nachtsichtgerät. Einfach mal so. Dafür hat man Taschenlampe. Taschenlampe. Was für ein Ding. Kann man hier schleichen? Nee, nee. Hallo. Ja, dann komm du auch mal her. Da sind zwei von... Mensch. So. Noch einer. So. Mensch. Nicht neben. Alter. Geil. Die Waffe steht. Haha. Und dampft sogar noch. Da kommt der nächste schon. Habe ich gesehen. Ah, nee. Doch nicht. Ey, cool. Die Waffe steht. Scheiße. Nein, nicht die Waffe. Bitte. Bitte. Die Waffe steht. Cool. Ich kann's auch nicht umkippen. Geil. Na 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 na. Ähm. Aufstehen. Steht erstmal ne Waffe. Was für ein Ding. Sprech Deutsch. Scheiße. Das tut doch weh, wenn man schon eine abbekommt Oh, nur drei Schuss Die werde ich ausnutzen So, weg ist er Der ist niemals tot Ist auch nicht Der ist nicht tot Einfach sterben Hallo Hier darf doch keiner mehr sein Ich gehe erstmal hier hin, weil hier Noch übel zu viel gibt Was, Hammer? Achso, ne doch ne Das wäre ein Traum gewesen Ich wäre endlich nur so ein scheiß Hammer haben Mein Traum Hier gibt es echt nur Midis Gut, okay Gut, okay Gut, okay Ich versuchte dich an, was ich mal wieder drin